OF Salzburg Fashion Looks Der Trenchcoat hat nach wie vor nicht seine Aktualität verloren. Die Neuheiten stecken jetzt allerdings in den verwendeten Materialien bzw. in den Details. Der Trend geht eindeutig zu kürzeren Modellen, die dem an sich klassischen Trenchcoat mehr Sportlichkeit verleihen. Eins ist sicher, der Trenchcoat ist und bleibt ein unverzichtbares Basic-Teil, das in keinem Schrank fehlen sollte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017